Weiß? Doch, da waren wir. Ich weiß nicht, wie die hier sind. Das weiß ich ja nicht. Ich sterbe ja niemals, Niklas, aber trotzdem. Wo ist das Skelett hinter mir? Ich sterbe nicht, Niklas. Ich sterbe nicht. Ich hab nochmal ein Herz verloren. Mann, das ganze Feuer hier, Alter. Das wird mir mega... Oh, vier. Also eine Pferdrüstung mitgenommen. Ich nehme die Sonne mit. Die Sonne-Küste. Oh, Goldbarren, Alter. Uiuiui. Warst du hier schon? Ja, drei Sättel, Niklas. Ja, hier war schon... Die Sättel habe ich trotzdem nicht mitgenommen. Außer da, da war es die Sättel denn nicht mit. Ach, hier war ich aber nicht. Ja, warum nimmt er die Sättel nicht mit, Niklas? Kann ich noch mal erzählen? Ja, weil er schon genug haben. Man gedenken die Gewicht... Wie viele haben wir denn schon? Wie viele haben wir denn schon? Weit nicht, wie viele hast du gefunden jetzt? Weit nicht, wie viele hast du gefunden jetzt? Das ist schon zu, Ben. Hätten sie viele Sättel hast du gefunden? 3, oder so. Jetzt kann man auf jeden Fall auch auf Schwein rein, ist auch geil. Drei Stunden sind um, ne? Ja, ruhig. Ich will jetzt mal dran erinnern. Ja, nee, nix ruhig. Ja, haben wir schon. Achso, ja, das ist ja mit davon einfach im Kreis. Wollen wir hier angehen? Oh, nice. Was macht ihr denn da jetzt noch? Ja, wir wollen noch einen Lohnfarm für die... Niklas, so bist du. Betränke. Ja, dann, ich geh dann aber schon mal raus, weil ich bin ja eh am Arschwein. Doch, was soll ich denn jetzt machen? Alter, warum wird dann... Nein. Ja, weil wir sagen, wir nehmen... Ja, da könnt ihr mal eine Kommentare schreiben, die davon halten. Und wenn man sagt, dass man drei Stunden aufnimmt und dann immer überzieht. Ja... Wir machen es ja nur, weil du ja kaum aufnehmen kannst. Ja, wenn du aufnehmen kannst, dann halt nur... ...drei Stunden, quasi. Was du sagen kannst. Alter, wie viel Lohn hier grad gespawnt sind, ne? Ah, die Bobe sicherts, Alter. Ich auch. Alles klar, die bumsen mich. Ich wüsste ja, ne? Wenn ich sterbe, ne? Dann hab ich sowas noch keinen Bock mehr auf Minecraft. Niklas! Bin da rein! Alter, hab zwei Herzen. Ich hab noch... ...alle... ... außer einen. Aber trotzdem, achte die bumse ich jetzt. Ich mach mir immer nur so... Ich hab immer nur so Schiss wegen dem Feuerschaden. ... 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 weggesnackt und schon weggesnackt voressen niklaus sonst kann ich nicht helfen ja ja da unten die haste denn ja ich habe anderthalb stecks gehabt das habe ich noch 30 stück ich habe noch ein stäbchen komm herunter wie ist das jesus guck mal die jungen die tansch nicht bis nach hildegard guck mal wie wir die gekleert haben die wichser nix kann ich nicht mit mir hinter steht alter wie riesig ist die guck dir das mal an niklas ich weiß komm mal da hinten da hinten rechts war er noch gar nicht da ach der kann man hier runter na easy jetzt ich habe angst ne ach komm anderthalb herzen na na wollen wir die hälfte hohoho jetzt sind weniger life gehabt das wäre so gearscht gewesen hoho ok wunderbar ja gar nicht lang verkehlen das magma wichser ja ja da kommen noch mehrere raus lol niklas blaze da blaze hier oh blaze nice 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 oh manchmal kann ich einfach ein chit in das so gesehen natürlich natürlich brenne ich wieder nix nix mein schwert ist im arsch und zwar ist dabei blaze ok ja wo bist du hier oh eis quaz oh ich bin nach hä wo bist du wieder hin gelaufen alter ich bin nach links gelaufen ich hab mich heute echt wie du abhauen kannst ne ich hab mich das manchmal bei dir auch mit holen ja da bist du ja guck meine fresse plötzlich ist er weg achte lass mich die klatschen ich brauch noch ein paar points ich klatsche das hier weg er portet dich doch direkt alter nach schnitzelhausen blaze to blaze party 1 ko 2 ko 2 ko easy game achte wir waren da links noch nicht wa ja hast du gegast alter der garst dicke gas ist am gasen wie ein gar wie ich eben essen muss aber ich soll mal so viel leben verlieren ich hab nur noch 25 kuchen ne 12 weil ich dir irgendwie anderthalb auch so ein ganzes dick was geben musste ne du hast mir 20 und 20 und 17 gegeben 117 alter boah alter das war jetzt aber hast du den kopf gekriegt oh alter nicht dahin gehen äh ne ok du hast den blaze der blaze der blaze lass dir den blaze die kill dann auch zurückgehen und 2 ok und nur das skelette scheiß wo ist das skelett alter 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 wie die mich machen ja neu geblockt hab geblockt hab mich gestocht getrochen ne kleine kleine ja das skelett hat gerade gegen den riser skelett gekämpft ich weiß dann hab ich sie beide gefickt ne wie steht der riser skelett du kleiner rat der kleine ich weiß da ist auch eins blaze ich weiß nicht ja na gut muss ich zurückgehen kennst den weg noch? also ich nicht eigentlich schon berät dich? willst du ihn auch kennen? komm wir da die wichser halt ne hier jetzt einfach links glaube ich dann da müssen wir auch ich bau uns mal in den tunnel rum wo ist das skelett kommt? na ja gleich das mal kurz um der andere kommt auch zum Beispiel fast tot ist das natürlich auch richtig hier? hier schon? hier hoch hier na ja hier ist richtig ich habe direkt die scheiße überm kopf hier jetzt weiter und hier einfach hochbauen na ja und dann müssen theoretisch es einfach hier ne hier runter ne und dann geradeaus irgendwie durch ne ja richtig ok so rüsten wie du mach ich halt nicht ich habe anderthalb herzen verloren ich mehr weil ich keine rüstung habe ja du hast keine fehler voll schulen ja und keine rüstung also nicht so viel na alter bist du für ein mähdrescher ach doch ne los dann ja ich auch nicht ne hm ich guck's auch nicht ich schaum es doch einfach ja warte ich habe doch vielerfall drei Schuhe ja und ja nix ja und dann kann ich das machen ja doch ja und da vorne ist das portal sehs ja genau und dann müssen wir ein bisschen außenrum lüppen du kannst hier hoch hier hoch können na dann kannst du es hier hoch bauen boah mit dem schild jedes mal hm das stellt ihr serios willst du noch cross-up bauen? naja ok jetzt ist auch noch ein server drin steht bestimmt noch auf k irgendwo hat sich schon eingebuddelt ja das ist bestimmt gerade am schreiben na der junge ich habe sogar sein mikrofon gemutet komm das können wir ja wenn der ja eh schon gemutet hat dann können wir ja auch hier das cobblest du auch da cobblest du auch schon blau stone die ganze Mucke von Mindekraft habe ich gerade angemacht ja das ist richtig geil hab ich ja gesagt im laser geht die richtig ab und seid ihr jetzt endlich mal wieder zurück ja ja man freut nicht mal zu alter ne warum soll ich zuhören wenn wir gesagt haben 3 stunden ja ja nur du und dreckiger termin hast nach 3 stunden und ich hätte die ganze zeit doch eh in dem dorf alles von daher seh ich das gar nicht ein könnt ihr mir den kommentaren auch mal recht geben oder mich auch haten bin scheißegal lasst ihr mich nicht ich bin sowieso nicht bei euch gewesen gerade von daher das bett ist auch noch nach recht wo seid ihr denn jetzt? ja sogar auf dem rückflicken wo bist du eigentlich jetzt? ja ich hab das große noch abgebaut wo bist du jetzt? jetzt bin ich ein bisschen unter dir aber ich geh jetzt hier wieder hoch wo ist der portal? jetzt bin ich dumm ach hier ist die andere feste jetzt bin ich hier du musst nach rechts wo ich bin sehr gut ist da das portalchen das heißt wir müssen hier runter stupdi dupdi du und glaube ich richtig nein doch nein aber wenn du hier langlaufen dann bin ich ja richtig nein hinter dir du hast recht mal guck mal der Mann hat sich's da oben gemütlich gemacht wie ist der hoch gekommen? guck dir das mal gleich an so jen soll ich mal sagen was wir haben? wie viele wiser skelette äh köpfe hast du? ich hab einen ich hab zwei und sechs lohnstäbe ich hab zehn lohnstäbe und zweieinhalb stacks glowstone guck mal wie der nach oben gekommen ist und ich hab magma cream ich hab den neuestem schönes na alles klar na 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 doch ich hab gehört magma cream mhm schäde lohnstäbe was du bist immer so mit viel LAN dabei ja mit viel LAN dabei war gut so oh nee weh ey wennzu weißt aber ganz genau ne dass wir jetzt zurückkommen mussten ne damit wir wieder auf dem schicken Dach die Session betten können ok dann lass ich mich jetzt killen wir sind doch eh zehn Zombies bei der Haustür wo bist du dann sag mal deinem Chord komm nicht zurück warum nicht weil ich jetzt nicht zurückkommen macht doch die farme aus die farme ist einfach immer noch an das ist ja auch an damit das wasser damit die platten da schön gediegen bleiben ihr habt die folge 20 min überzogen das heißt ich komme jetzt auch nicht zurück jetzt hier im schmollhaus im schmollhaus nach links deinen koordinaten schreibe ich mir die auf dann kommt nichts mehr rüber dann kannst du schön in den arsch drehen damit du auch bloß was machst oder hier komme ich ja nicht sonst werde ich wieder gewiefen an der kante geschubst also ja und dass ich noch meine sachen weg bringen das weiß ich nachher nicht wenn wir das nächste mal in sechs jahren aufnehmen ja so was die brauchstelle hingetan was die bruchstelle braustelle auch ich habe keine ahnung wie das geht alle müssen wir uns aber da oben trotzdem verabschieden da ist die farme uns mal ausmachen ich mach den aus alter sollte man hier runter springen das werde ich nicht übernehmen tief das ist von der brücke das schaffe ich niemals da kannst du eine brücke runter springen naja ich bringe es mal hier runter von der brücke ist jenster auch schon runter gesprungen mit eisenrüstung hast du das überlebt aber von der neuen doch nicht doch die alte brücke war doch auf der gleichen höhe niklas da ist er runter gesprungen dass man nicht überlebt weil er dann vom körper weggeschränkt wurde als er am boden war ich dass es nicht über wenn ich das nicht überleben und dann sogar federfall schuhe dann kranker ich das an warum ich jetzt hier reingelaufen nicht wieder drei herzen abgezogen da ist da da So, Dann kann er wieder chatten, der Junge. Macht er gerade schon. Das stimmt. So, jetzt kommst du. Ich komme. Ja, meine Rüstung ist ja gleich wieder im Arsch. Meine Stiefel sind fast im Arsch. Sonst hat er wieder keine Stiefel mehr. War nie komplett ganz. Aber nie voll. Nee, aber zur Hälfte. Alle meine anderen Sachen haben wir ja noch die Hälfte. Ach ja. Ah, meine Rüstung hat auch... Da wurde das über 10% Schaden genommen. Außer beim Kopf da so... 15, 20, irgendwie sowas. Würde ich sagen. So... Jens, sind sie wenigstens noch da. Ja. Alles klar. So... Dann würde ich sagen... Danke fürs Zuschauen. Und... Ja. Bis zur nächsten... Micro Season 1 Folge. Tschööö. Tschöö. Haut drin. Tschöö. Tschöö. Tschöö.